Wir haben einen neuen Trend. Wer hätte das gedacht? Mützen. Mützen. Nee, Mützen sind schon länger im Trend. Hüte. Also der Hut ist total in. Gibt es ja so Hüte, die passen gar nicht ins Bild rein. Früher hatten die ja so ganz lange... Zylinder, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja, wäre auch bei dir vielleicht mal schick. Alles kommt wieder, liebe Zuschauer, alles kommt wieder, auch der Hut. Elena Mea ist auf neuer Style-Mission. Der Hut feiert nach einiger Abwesenheit in der Fashion-Welt jetzt sein glorreiches Comeback. Wem welches Modell am besten steht und welche Modelle gerade besonders trendy sind, das zeige ich Ihnen heute. In der Düsseldorfer Innenstadt macht sich Elena auf die Suche nach den neuesten Hut-Trends. Hallo, darf ich euch mal ganz kurz anheißen? Hüte 2014 wieder voll im Trend. Ist das jetzt was, wo ihr sagt, okay, wir gehen mit dem Trend? Gar nicht. Was ist diese Zeit? Ich schon. Du schon? Ja. Ganz spontan zeigt Elena der jungen Frau, dass jeder gut Hüte tragen kann und tauscht Mütze gegen Hut. Ein Ticken zu groß, aber... Passt. Was hast du? Ja, ist in Ordnung, aber nicht dauerhaft, bitte. Bewaffnet mit Spiegel und Koffer will Elena den Hut unter die Leute bringen. Die aktuellen Trends hat sie direkt mitgebracht und entdeckt die ersten Modesünder. Kappe, aber keinen Hut. So geht das nicht. Du bist ja schon gut behütet eigentlich. Allerdings trägt der Mann von Welt auch heutzutage wieder gerne eher sowas. Den richtigen Hut, den klassischen. Schon mal probiert? Nee, noch nicht. Also für mich ist das eher sowas, was mein Opa trägt. Damit liegt zumindest sein Opa voll im Trend. Und die Dame möchte sich etwa nur mit ihren langen Haaren vor der Kälte schützen? Genau, die langen Haare. Also Hut kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Sarah und Freund Tom brauchen definitiv eine Hutberatung. Elena stellt die beiden Rücken an Rücken auf, damit sie den jeweils anderen nicht sehen können. Sarah bekommt als erstes einen Fedora-Hut in Grau. Das ist ein sehr klassischer Hut. Jetzt aber mit größerer Krempe. Ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten. Der wird sehr tief getragen. Schirm, Charme und eine Melone für 10 Euro gibt es für Tom. Normalerweise hat man die Melone ja früher immer so getragen. Ganz klassisch. Mittlerweile, um dem Ganzen so ein bisschen cooleren Look zu geben, trägt man die immer ein bisschen weiter hinten. Doch ob die Veränderung auch beim Partner gut ankommt? Bitte einmal umdrehen. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Die beiden Hutmuffel sind auf den ersten Blick total überrascht. Ja, ich würde sagen, ist schon ganz gut. Steht der auf jeden Fall. Aber ich finde es zu groß. Also, der ist riesig, der Hut. Der Schlapphut für 18 Euro kommt nicht so gut an. Aber gefällt Sarah der 80er-Jahre-Look von Tom? Es ist ganz okay, aber ich denke, da können wir noch was machen. Da geht noch was. Beim Blick in den Spiegel wird Sarah etwas geschockt. Dieser Hut überzeugt sie nicht. Und auch Tom findet seine Melonen nicht zeitgemäß. Aber Elena wäre ja nicht unsere Style-Expertin, wenn sie nicht schon eine neue Idee hätte. So, das ist ein Trilby. Den kannst du auch so ein bisschen weiter hinten tragen, um so einen lässigeren Look zu bekommen. Passend zum grauen Parker von Tom wählt Elena ebenfalls einen Trilby-Hut aus. Auch der verschiedenartig tragbar. Entweder so ein bisschen asymmetrisch aufgesetzt oder aber eher die coolere Variante, wo dein Pony auch wieder cool rauskommt. Ob die Trilby-Hüte für ca. 70 Euro bei den beiden besser ankommen? Wow! Okay, das sieht gut aus. Also ich finde es gut. Es steht dir gut. Ja, du auch. Dreh dich nochmal. Oh, mit einer Feder. Sehr schön. Vorher eher lässig und langweilig. Hinterher schick, cool und vor allem total im Trend. Kann man fragen. Das mit den bunten Federn ist ja ganz cool, ganz modern, aber muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Aber die Farbe steht dir gut. Kurz danach entdeckt Elena eine graue Maus. Bisschen daneben gegriffen, oder? Naja, ich fand sie ziemlich praktisch. Da sind auch Handschuhe mit drin. So geht das nicht. Elena nimmt Make-up-Artistin Julia direkt mit zum Umstyling. So, du bist eher so der Mützentype. Da trägst du auch ab und zu mal Hüte. Eigentlich trage ich die gerne, aber die müssen dann schon cool sein. Also jetzt nicht so einen, den jeder halt hat. Da hat Elena genau das richtige Modell. Der Fedora-Hut ist das Luxusmodell aus Kaninchenhaar für stolze 289 Euro. Wir probieren das mal aus, finde ich nämlich sehr, sehr cool. Ist auch momentan sehr angesagt. Sieht man auf allen Schauen. Durch den auslandenden Schirm wirkt Julias Gesicht breiter und wird durch den eher kleinen Hutkopf nicht zusätzlich gestreckt. Also die Farbe ist schon mutig, sag ich mal. Also die, finde ich, fällt wahrscheinlich noch nicht unter sehr knallig, aber ich muss sagen, doch so lieber ein bisschen gediegener. Die Form stimmt, fehlt nur noch die richtige Farbe. Zum Glück gibt es den Hut auch in Braun aus Wollfilz und sogar preiswerter für 89 Euro. Was sagst du selbst? Ja, so ist cool, oder? Finde ich perfekt. Ich finde den echt geil. Mitgenommen? Auf jeden, oder? Vorher mit warmer, aber unmodischer Bärchenmütze, jetzt mit trendigem Filzhut. Von alleine wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das muss ich zugeben. Aber so, wenn ich das jetzt gerade mit meinem Style so sehe, an mir, muss ich wirklich sagen, das wird mein Trend für 2014. Elena hat ihre Mission erfolgreich erfüllt und das Motto für 2014 ist ganz klar mehr Mut zum Hut. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehenkanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehenkanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.